ja er macht die Zeit Prozent und dann kann ich machen werden doch wissen wir eine halbe Stunde vorbeigehen Näh dann haben wir einen Angriff ich bin ein halbes halbes Stunde Teilnehmer auch nach der Stelle auch ein paar die sich da vorbereitet kann man immer noch vollkommen das ist der Plan ich sagen wir haben ein Trieber guck mal da ein Trieber Kigen, guck mal neben dich. Creeper, Creeper. Bam. Sehr gut. So. Und damit, und damit, hallo Leute. Hier ist mit euer Gartholk und ich hab hier eine Menge Vollidioten hier. Geht weg. Können wir nicht erstmal runterzählen können, verdammt? Nein. Na echt mal, ich hab mal die Aufnahme gedrückt. Ja, na echt mal. Da drückt mal Aufnahme. Das hat sich übrigens drin. Ja, ja, ich bin auch drauf. Hallo, hallo. Seid ihr alle da? Oh, jetzt sind wir alle da. Ach nee, ist ein Zombie. Können wir jetzt machen wir jetzt nochmal oder nicht? Ja. Also ich lasse das in der Folge drin, aber ihr könnt gerne. Warte, drückt mal jetzt gleich alle auf dreimal Dings. Ja, das ist ein Zombie hier und da kommt auch einer. Sobald der kommt, äh, die hinterlich. Ich bin cool hier. So, Mensch, 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 Mensch. Warte. Oh, wir sind so ne Pros, wir mussten auch bei Nacht anfangen, ey, Leute. Man, natürlich. So, also jetzt, alle soweit oder nicht? Ja, die doch gleich zum nächsten. Ja, die doch gleich zum nächsten. Da hinten ist noch ein Zombie, da könnt ihr auch noch hin, die doch. Ja, beste, Junge, beste. So, jetzt aber mal runterzählen und dann geht's los, ey. Ja. So was hier. Oder dann so. Ich gehe mal aus Key raus. Die, die. Also, erzähle ich jetzt einfach mal runter. Drei, zwei, eins, so. Hallo, hallo, Leute, hier ist euer Garthalk und ne Menge andere Leute. Hallo. Hallo. Ich verstehe. Oh, ich bin tot. Alter, was sind denn das hier mit den Zombies? Alter, das ist jetzt ein 6-Snyder-Film. Wollt ihr mich fragen? Wo bin ich hin? Wo seid ihr hin? Hallo. Weiß keiner. So. Er verfolgt mich. Sieht ja gut. Hab doch gar kein Gehirn. Was willst du denn von mir? Was machen wir eigentlich hier gerade? Wir hauen Zombies gerade und... Das wird ein John-To-Nero-Film. Scheiß auf die Standalone von DayZ, Alter. Ja, scheiß drauf. Ja, ich freue mich, dass dann schon ein paar Uhr gebaut, ey. Ich weiß. Wir spielen hier jetzt gerade, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, Minecraft. Das ist so ein Indie-Game, das kennt keiner, aber wir wollen es halt jetzt mal unter die Leute bringen. Da haben wir uns so gedacht, oh, spielen wir jetzt einfach mal so ein bisschen. Eigentlich sind wir nur klickgeil. Ja, das auf jeden Fall. Ja, meine Totspur ist weg. Sehr gut. Ist ja egal, ich hol mir die vom Kay. Genau. Ja, das ist bestimmt die Beste von allen. Ja, dann hab ich weniger Arbeit, die zu bearbeiten und so, weißt du. Also Leute, nicht wundern, wenn jetzt... Ich hab Kay's Totspur, so. So, ich hoffe, ihr merkt euch alle eure Tode und so, weil ich würde sagen, wir bauen nämlich auch noch gleich einen Friedhof, damit für alle dämlichen Tode wir Erinnerungen für die Unendlichkeit haben. Ich hab vorhin, ich kreier mich nur mal gegen die Zombies, ne? Ja, ja, das ist gut. Ich hab Holz. Ich hab verrottetes Fleisch. Juhu. Ich auch. Ich hab' die bei mir. So, wollen wir uns gleich ein schönes Plättchen suchen, wo wir uns unsere Hütchen erritten, oder was? Ne, jetzt machen wir eine gute Idee. Ich auch. Ich bin ja auch. Der Trick ist erstmal wichtig. So, äh, Holz. Mann, wer baut hier die Bäume ab? Achso, das war der Creeper. Wer baut hier die Bäume ab? Wahrscheinlich die Spieler. Ja. Nein, das war die Spieler. Baut Bäume ab und wollen alle was dafür haben. So, ich hab noch ein altes Leben. Nein. Du schaffst das, Freudi. Lootet ihn. Macht ihn keilt. Ne, ist er ja schon. Das sieht so falsch aus von hinten, ne, Freudi. Bitte. Nee, Freudi sieht so falsch von hinten aus, ist jetzt schon. Schau mich mal, das sieht richtig aus. Du siehst sehr richtig aus, Heidi, ja. Und so, ich mir hier die Mühe, mein Benegel, doot. Doot. Adi, Adi, Adi. Kriegst du mich hier, oder was? Nein, ich beschütze dich. Kinder, wo seid ihr? Äh, Baum. Ah, da, 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 da. Ich sehe euch da oben mit den Narben. Macht keinen Schein, ich hab nur noch drei Herzen. Ich hab voll. Gut, ich bin gerade gestorben, aber hey. Ha. Pussy. Ach, guck mal hier. Adi und Kay kommen aus dem Busch. Sehr gut. Ach, guck mal, ich dachte zum Beispiel, das sind Skelette. Scheiße. Und, äh, als ich übrigens vorhin sagte, dass hier nackter Mann rumrennt, das war nicht gelogen. Ja, da wird YouTube gleich striken nachher. Und ingern bin ich auch noch nackter zu. Baum steht da oben die Kiste. Wer hat die Kiste da oben gebaut? Das ist der dämlichste Platz für die Kiste überhaupt. Da ist auch eine Werkbank. Das ist doch egal. Das ist meine Baum-Werkbank. Klaut ihm die Werkbank. Ich hab schon eine neue, könnte er haben. Lass mich mal da rein. Ich sterbe gleich, ich freue mich, ich frage mich sofort an mir, das ist ja unfassbar. Ich hab gerade eine Menge Skelette gefunden, ich sollte sie mal in die Richtung der Gruppe bringen. Was hast du gefunden? Eine Menge Skelette. Oh, ja, bringen wir unbedingt her. Ja, das wird bestimmt helfen. Wenn ihr, der Ort lootet mich, dann lootigt den Ort, also ey. Ich hab gerade selber gerade so ein paar Probleme. Ich hab gerade Freunde gefunden, neue Freunde, mit denen mache ich das. Oh, mit denen machen wir jetzt ein Let's Play Minecraft. Ich hab gerade so eine Sache. Hey, ein Schab! Hallo! Au! Ein Ender Mensch, sollte den bauern. Unter der Bauen. Ich wollte ihn da unter dir und so, ne? Den Unternehmer. Oh, nein. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! ich habe mich jetzt mit dem abwürdig wie bei einem stelle wenn ich gern wir alle homosexuell aber gibt es nicht irgendwo so ein Mensch als bisher Kohle aber auch ein stückte dieser zum Niemann akkohle für Pussies er war in 4 drei Jahre sie sagen dass er ist seit ich war ein weiterer Spielspieler das ist bestimmt schon eine Videoaufgaben Stimmt. Ja. Du kannst dich nicht mehr rausreden, Harni. Ich kenn mich in dem Spiel aber null aus, also ich bin wahrscheinlich derjenige, der am meisten rum tut. Ich helfe dir gerne. Laber nicht. Laberst du. Laberst du. So. Und die Werkpunkte will ich natürlich wieder haben. Ich hab auch schon irgendwo da unten eine Decke grieft gerade. Seid ja... Ah! Scheiße, Enderman! Geh weg, geh weg! Nein, ich hab dich nicht angeguckt! Dann machen wir doch tagsüber gar nicht. Ey, lass uns schnell! Das sagt, das hat man mal dem Internet. Überfordert. Oh, Schafen, 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 Schafen. Meine Schafen. Stimme als bei Bart und Exerlier ohne Apfel. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Doch, welchen Stamm? Der kommt mit Decknissen. Was, wenn am Berg steht? Was, ein Arschloch? Was, der Berg? Nee, der Apfel. Das sind die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten. So. So, ich bin nicht. So, ich bin nicht. Oh, ich bin scharf. Was seid ihr eigentlich? Ob gibt's hier keine Kohle? Weil die aus ist. Aus. Oh, ich hab' ich noch. Guck dir mal die Wirtschafts-Lage an. Den nackten gesehen. Drei-Bogenschutz-Hilfe. Ah. Das kommt noch mal von alleine in der Hölle. Jaja. Jetzt die Warten weg mitgekommen. Auf welcher Schwierigkeitsspiel überhaupt? Keine Ahnung. Laut dem Ding. Peacevoll, oder? Friedrich, äh friedlich. Friedrich? Nee, friedlich dann gar kein Monster. Oh, klugscheier. Ach. Ach. Vielleicht kann ich im Übrigen mal wieder. Schlau. Schlau. Trott irgendwo. Doro Creepy. Da sind Schafe. Oh, ich muss ja mal ein Inventar aufbauen, Alter. Da war Creeper. Brauchst du ja wohl nicht. Ach so. Die Chaos Creeper ist richtig. In Privatleben. Würde ihn. Da explodiert noch schon mal gehen. Da schlacht ich mir meine Schweine ab. Du mein. Da steht nirgendwo den Namen drauf, Alter. Doch, hab ich drauf graviert. Die Schweine. Ja. Mit deiner Gravustange. Ich weine die. Ja. Vorhinten. Hat irgendwer was zu essen für nen Ork hier? Gibt's eigentlich auf der Insel überhaupt irgendwas, oder? Ich hab keine Ahnung. Wer hat denn den Server erstellt? Der ist ja mal richtig scheiße. Kannst du dich auch mal den Seed angucken können, ey? Meanboy macht nur so. Wollten wir ja eigentlich vorher machen. Ist das nur so ne Insel oder das hier? Ja, Meanboy. Ja. Verdrück ich mich gleich direkt mal mit dem Boot. Hallo Schweinchen. Viel Spaß noch. Hey, ich töte deine Schweine. Es gibt Schweine hier? Könntest du ja nicht mal so nen Apfel raustropfen, bitte? Gartol, Garp. Ach so Schweine, guck dein Apfel raus. Hau ab da, Mahmut. Ich glaub wir töten einfach Kay und teilen uns den. Äh, nein. Wir töten Halle, das ist eh schon nackt. Ich hab sicher, dass da nix dran ist. Ich weiß nicht, wo der vorher war, ey. Oh Mann. Der kommt direkt von mir zu Hause. Zwei Schweine auf der Insel? Ne, es waren ein paar mehr, aber man hat's alle abgeschlachtet. Das war clever. Der kam nicht zu ihm. Den euch waren immer wieder. Hier gibt's übrigens Kohle. Hat den Creeper freigesprengt. Kohle, Kohle, Kohle. Hahaha. Geklaut. Oh, ich hab einen Apfel. Vielleicht. Vielleicht kommt Mutti wahr und macht die Show sehen. Ich hab zwei. Oh, hallo Höhle. Hallo Tick. Hallo Tick. Ah, leck mich doch. Hahaha. Ist das echt nur ne kleine Insel? Ohne jetzt ihre Ahnung? Ja, scheint so. So, wer steht hat jemand Knochen. Keine Knochen. Sehr witzig. Ich hab Knochen. Ich hab hier ein Feld. Ich hab Silber. So ein anfängiges Feld. So ein kleines Scheißfeld. Ja. Ich hab die Syphilis. Oder Verona Feldbusch. Oh, da hinten gibt's nen Sumpf. Ich geh nen Sumpf. Tschüss. Da gehst du hin. Ja. Das ist auch so der Plan gewesen. Geh endlich. Geh. Geh. Geh mit Gott aber geh. Oh, ein Hühnchen. Oh, ein Hühnchen. Mein Hühnchen. Nein. Du musst mir nicht sterben. Warum? Warum stirbst du denn? Ich hab Hunger. Ich hab nur ein halbes Leben. Davon stirbt man auch. Ja, ich weiß. Komm her. Hosen in dein Feld. Zeig das mal her. Ich hab doch hier Knochenmehl. Das ist keine Hühnchen mehr auf dieser Insel. Da, wo wir uns in eine Höhle getroffen haben. Oh, hier ist Kohle. Steine. So. Warte, ich komme. So. Ewig-Holz-Kohle. Ich brauch wieder Holz. No. Warum? Ja, zur Not essen wir Zombiefleisch ist es auch. Ich hab hier Kohle. Ich hab hier Kohle und Pausche freiwillig gegen Diamanten. Ich hab nicht mein... Ich hab nicht mein... Ich hab nicht mein Zombiefleisch. Sehr nett von dir, Kay. Ja, ich weiß. Ich bin so großzügig. Furchtbar mit dem Dengue, ey. Echt mal. Ich geh meinen Sumpf, da hab ich meine Schafe, die ich jetzt gleich umbringe, aber... Ich hab Wolle für alle, ist kein Problem. Oh, du bist schlimmer wie Shrek, ey. Das ist ja auch ein Org und kein... Ähm, Org. Ja, das ist ein Unterschied. Das stimmt, wie sie ist. Mach mal hier keine Haarspalte rein hier. Ich guck mich grad mal hier so ein bisschen um. Wo haben wir denn hier was? Tja, aber ich bin Org, der Kühe hat. Der Org. Schön für dich. Starkes Stück. Oh. Umschub sei. Tierquäler bist du. Na echt? Ja, das was er mit den Kühen gemacht hat. Dass das nicht die Peter sind. Die Kuma angeschubst. Von hinten ist man nackt. Die Kuma nackt. Oh, hier sieht es viel Kohle? Aber ich trau mich nicht tieferin. Uh. Ich hab einen Krater gefunden, klein. So, ich geh jetzt mal mutig vor den Sterben. Ich wusste doch. Hau ab, meine Höhle. Hallo, Kuma. Ich glaub, bei dem Krater wär das echt mal. Ey, sorry, Paco, zwei Herzen. War in Versehen, man. Schwäm ihn ja an. Irrer. Alter, Zoo-Werter. Oh, cool, Licht. Geil. Ja, Licht. Dafür darfst du auch einen Block von meiner Kohle haben. Ich nehme die drüben hier. Kein Problem. Kohle. Oh, die hier stimmt was. Kohle, 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 Kohle. Und das ist jetzt meine Mama, die macht jetzt die Jalousie runter und dann kommt das Bett. Ist ein Insider-Grohrzeug, sorry. Aha. Ah, das war zu geil. Ja. Green Boy ist der Hammer. Der Shit. Das ist der Beste. Beste der Welt. Da hast du mal Kohle übersehen. Ich hab die extra nicht mitgenommen. Müssen wir immer nicht. Müssen wir mal tiefer gehen, okay? Mal gucken, was wir mal ruhig machen. Ne, damit die Leute auch was sehen hier. Ja. Dunkle Höhle. Höhle schubsen. Prima. Das sehen sie schon bei mir. Oh, ich hab sogar Eisenerz. Geil. Oh, ho, Eisenerz. Ja, Mann. Geil. Oh, what the fuck. Geht aber tief rein. Komm mal hier. Zeugs rein. Was ist das? So, ich hab schon mal ne Kiste. Und ihr? Ich hab Eisen. Und Kohle. Und Essen. Wie, du hast Essen? Ja. Ich bleib bei K. Forever. Forever alone. So. Okay. Wo ist hier der Antrags-Button? Oh, Antrax? Nicht das Antrax. So, jetzt hab ich Schuhe an. Ich bin der beste Mensch. Oh, hallo Kripa. Oh. Oh, hallo Kripa. Oh. Geh doch mal da runter. Nein! So. Nicht, Mann! Kommt dir gleich nachher, wenn ich eine Treppe gebaut habe. Ach, du ist nicht so hoch. Kannst du durchbringen? Ich muss ja wieder hochkommen. Mein Problem ist, ich werd mein Zeug, das ich jetzt grade da abgelegt hab, nie wieder finden. Aua! Was? Aua! Fuck! Wie bin ich der? Hey, hilf mir! Ich bin ja schon da, mein Freund. Ich bin ja schon da. Ich hab keine Fackeln mehr. Jetzt ohne Angst. Warte, ich kann Fackeln machen. Ich hab noch ein paar. Äh, Stöcker. So, wird bald schon wieder Nacht, ne? So langsam ist's. Mal gucken. Ich bin in der Höhle, ich bin mir sicher. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwo sesshaft werde jetzt. Sesshaft? Sesshaft. Jetzt sind die alten Männer, okay? Was ist denn du? Ich wollte grad sagen. Ich hab jetzt fast 30 Fackeln. Ich bin in der Höhle drin. In Minecraft so richtig präzise ausgedrückt. Ja. Ja, äh. Ich bin hier unter der Erde. In Richtung Sonne. In Richtung Sonne. Hier ist doof. Hier ist aber Eisen noch. Ja, und da kann man sich dann geht noch weiter. Guck mal, so. Wir sind ja gleich bei Diamanten. Oh, Lava. Guck mal. Oh, Lava. Ich hab hier ne, zwei Poolboxen gefunden. Wo kick die, kick die meine Dungeon an K. Wow, mega. Alter, jetzt schon, krass. Na echt mal. Da kann Kina mithalten. Müsstern wir uns auch mit Channels gucken, Leute. Am besten bei mir. Oder bei mir. Ich geh grad weiter voraus. Guck bei mir. Ja, ich bin hin mit dir direkt. Wie war das der Erste, der da drauf geht? Könnt jetzt einen ganz bösen Spruch bringen, aber ich lass mich lieber. Wir sind dann noch PG-13 wahrscheinlich, äh, PG-5. Das soll komplett kosten haben bis jetzt ist das ein pulses drin. Anfänger. Bum, bumf bum. Nein, das soll Hörer oder Hardie ist er noch schlimmer bei der Nacht und wie er hat sich das Poli an die Kiste Scheiß oder fest ich bin bei Freude in der Regel aber ich bin ich bei Freude ja das war in der Höhle drin ich weiß es nur ist so hat wie viel Kulamik ist noch heute die Klinik abgebogen Bohr war auch wirklich nicht mal ein paar Klin auch auf den anderen und folgten sich einfach auch so ist es auch immer die Bordeaux die Bordeaux die Bordeaux die Bordeaux die Bordeaux ja heute vom Motorrad und müssen die Bordeaux und die Spalte von Mutter Adobo und in der Okolle Ohr einstieg ist der Bündnis und wenn er ein bisschen da gehört alles über Zomis war die Klinik durch die das hier will auch Action schienen ich habe keine Ahnung Spannung Spannung hat Freude ich glaube aber freudig der aber man hat ja eigentlich der ist was wir sehr stark geworden so schön besser der sich der Dürmer gesetzt und dann war die Leiter der Räder überall Kohle wird mir er hat wohl könnte ich auch mal mehr gebrauchen aber die großen Preis der Exkuhle und bis zu den ich bin bald auch zurückgelaufen wieder haben wir eigentlich schon einen gemeinsamen Punkt wo wir bauen oder bauen wir einfach random in die Welt wir bauen hier eine Zwergenstadt in die Höhlen eine Zwergenstadt in die Höhlen? ja die halt von Moria, du fängst an aber bitte in Originalgröße und so wie er den ersten Stein auf dieser Insel würde ich sagen haben wir Möglichkeiten? Kann sie ja ein Schiff bauen wo es nur in Dungeon ich habe ein Mann, ein Mann da wird in Dungeon ich komme so recht sein das ist das ich komme, warte, das ist doch nun Koppel Koppel-Paylor da hat das Gebaut wie Sau da kann man stimmig mit dem Dungeon ich verlange ein Dungeon ich verlange muss meine Werkbank gehen, Mann das ist ein Hammer, ne, meine steht noch draußen, schüttelt, ich habe eine gemacht jetzt will ich mal nachkommen oh Mann und wir in der Sackgasse, ole, ole, ole ohle, ole, ole so, Eisen habe ich nicht, Stein eh ich hörnsche, erinnert Zombie oder es ist mein Magen es ist dein Magen ich kann ja einfach mal weiter, ok was machst du? ich kann ja einfach mal weiter, du machst du? du, du denkst, du kommst, lass ich mal viel weiter ja, cool tschüss 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 warum hängen hier schon Fackeln drin? Warst du das? yeah, ich war das, weil ich hier so lange dran bin oh mein Eisn, ich bin ein Eis Tütlhü, Tütlhü, Tütlhü so früh hab ich jetzt die Hacke, dann ging ich wieder von vorne los ähm, Worte Cook, komm mal tja, hier ist auch nur ne Sackgaste aber ein Eisnblock ja, meiner Soll ich mal? Durchbruch Wagen oder Durchbruch Wagen und sind wohl da haben dann sagt Ach du hast du was hast gesagt ich habe hier noch drei ich habe noch drei Schweigefleisch nur ich habe einmal aus den Fällen und ein Leben getan heute geht es hier durch ich breche neben dir durch Oker genau ob man sich nicht auch nicht das war ein Verbrauch mit Kohle da holen die die in Stein ich breche mal nach unten durch ne? Ja. Ich guck mal, was hier so geradeaus kommt. Ich bin halt gleich irgendwie... Ich seh da hinten zwei Namen. Ich guck mal, ich werd irgendwie Gotthold oder Freudi gleich irgendwie eine Hackend-Morkel hauen. Das ist meine Freude. Hey, 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 hey! Was, was, was? Komm hierher! Was ist los, Mikael? Komm sofort! Boah, boah, was, was, was? Halt, stopp! Sehr geil. Also jetzt ist eigentlich entschieden, wo man das Let's Play gucken sollte. Eindeutig. Ja, bei uns. Ich hab's erst gefunden, die Schweizer in der Kuh. Ne, nicht wirklich. Ich hab mit die Koli hier holen. Das war so, oder? Ich will sagen. Geben wir denn hin hier? Eine Hacke ist im Arsch. Warte, 50,50, teilen, was wir finden? Aus dem Werkbank? Nö, nö, ich hab noch ein... Mit dir? Fuck! Oh, ich bin noch mal in einem Block. Wee! Dort ist übrigens Creeper, falls mit dem Spiel in der Schriftstelle... Der Zombie... Der kann's noch mal in einem Block. Creeper, Zombie, Alter, geht so ab. Echt, man. Boah, das ist ja wie die Ende der Welt. Nur, dass es nicht das Ende der Welt ist. Das ist, als ob Michael Bane in Minecraft-Film mitredet hätte bei uns hier. Persönlich. Überall Explosion. Das müsst ihr sehen, Leute. Und falls es dich interessiert, ich bin hier gerade am... Fast unten. Fast unten. Bitte, bitte, bitte. Ich muss hier noch so ein 20-Failer-Kohle-Wick... Oh mein Gott, ich häng fest. Na, dann mach das mal. Dann kommst du nachher gefailt. Ich komme. Ich bin noch bei dir. Bleib ruhig. Ich komme. Ich steh hinter dir und komme. Nix so ein Texturpaket machen würde für Minecraft. Du würdest einfach mal Wasser und Lava vertauschen. Ja. So eine Arschung müsste es doch mal sein. Ich hab die Arschung gekommen. Ich glaub, das fällt auf, wenn du spornst und dann mehr aus Lava vor dir ist. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber wobei die Hände dann mega cool aussehen würden. Aus Wasser. Oh, guck mal. Ist doch nett hier. Bleib ich. Alter, ich dachte gerade echt, ist vorbei, ne? Ich hab schöne Grabesrede vorbereitet. Oh, eine Grabesrede für mich? Das ist aber schön. Ja, so bin ich. Nett. Hätte ich geredet, wenn ich dich gelootet hätte. Oh Mann, oh Mann. Da ist Lava, da ist... Oh, hier geht es. Alter, noch tiefer. Alter, noch tiefer? Hallo, Creeper. Boah, geil. Und eine Spinne. Die spinnt doch, Alter. Ja. Äh. Ich hab so nichts. Ich will das für Kohle, aber da ist ein Creeper und ich komm mal nicht runter, weil Lava und Spinne und eklig. Also so halb runter ist immer schon. Ist doof, ne? Dich. Fuck, ich hab mein Schwert mit. Ich hab mein Holzschwert, also alles easy. Take it easy. Hast du in den Lava und Chips? Ja. Das ist schön. Ich mach die Spinne. Stirb, du Mistvieh. Ach, da traust du dich runter zu springen, wenn ich Spinne noch da habe. Die Schwächeren, da geh ich gerne drauf. So kenn ich dich. Schwache, Kleine und Behinderte, ne? Ist ja noch ne Schlucht hier, Alter. Übel, ne? Nein. Ne, wir sind hier. Dich sehen. Boah, was? Wie kommst du denn da hoch? Pussi. Äh, von oben. Pussi, ey. Uah, Creeper. Ich hör's nur knallen, ich glaub wir sind die richtig. Ja, ja. Ach, guck mal, der Ork. Ich würd sagen, wir zuerst am Grund, am Grund ist der darf alles behalten. Ha, ich denk schon. Hey. Ich geh mal eben Freude töten. Hallo. Äh, was brummt denn hier so komisch? Ich hab ne volle Eisenrüstung, willst du doch gleich? Ja. Wirst du Freude, wenn du mit deiner Rüstung irgendwas kompensieren willst? Ich hab Stoffschuhe, okay? Lederschuhe. Jetzt kommt Hardy, er hat ein Haack am Schwert. Leder Riemenstiefel. Diamond, Junke. Eichel mit Schwert in der Hose. Ja, hinter mein Blatt. Oh, Redstone. Redstone. Redstone? Oh Gott, jetzt sind wir alle verloren, er hat Redstone gefunden. Mit der D-Kopierer oder so. Mit seiner Redstone-Rüstung. Der Server ist verloren. Das wär schon cool, einfach durchlaufen und alles aktivieren, was geht. Genau. Das ist jetzt einfach nur, dass jetzt alle bei Hardy gucken können, weil bei dem ist alles anders als bei uns. Stopp, Redstone. Stimmt. Das kannst du eh nicht abbauen. Das kannst du eh nicht abbauen. Aber ich zeige hier Super-Secret-Eckling. Also, hier, da gibt's sogar die bessere Fackel unter den Fackeln. Die Super-Fackel, wenn das so geht. Die Redstone-Fackel quasi. Die menschliche Fackel. Ja. Ich brenne nämlich gerade. Sehr geil. Das ist schön. Wenn noch mal ein dunklen Gang in den Siongier da ist. Nein. Nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht. Das mach ich nachher. Ich trinne mich nachher. Oh, oder? Da ist ein Texture-Pack übrigens drin. Man-Ball. Man-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball. Ich habe auch ein Texture-Pack. Ja, aber das ist irgendwie, wieso habe ich denn nur ein 126er seit? Was ist da los? 128 Menschen. Cool, ein Ofen. Das ist mein Ofen. Mein Eisen da drin. Hey, wir stellen uns jetzt alle drumherum. Und guck den Ofen an. Ich nehme jetzt einfach mal das. Ich brauche Fleisch. Weil das ist noch für alte Sex. Egal. Die sind alle für alte Sex. Ich werde hier jämmerlich verrecken. Ja, hoffentlich. Oh, hier ist eine Werkbank. Das ist meine Werkbank. Ach, mach ruhig. Aber mein Eisenblätter drin, Junge. Ich brauche ein Verschwerter. Kinder, was hast du zu essen für den Kuh? Nein, ich habe selbst nichts. Ein bisschen Stein. Ich könnte einen Baum pflanzen. Vielleicht bringt es was. Ich habe da noch einen Apfel. Kann ich einen Apfel essen? Nein, nein, nein. Lieber nicht. Das ist gesund, ey. Öfft mit so einem ekligen Müll. Nimm die mir einen Burger King-Gutscheid. Boah, lecker ab. Wer hat der Richtige, weil die Brasilien leben? Lieber sich die Niedersprache. Ja, echt mal ein. Voll mega fief und so. Ich hätte vielleicht mal eine Textabteilung abzelt. Und so. Jetzt zum Beispiel. Aber er macht sowieso schon das ist ja lang. Die Standard Minecraft Grafik ist doch wunderschön. Ja, bei Stift. So, wir kommen gleich hier wieder raus. Nie wieder. Ich überlege auch gerade, weil ich verhungere. Calle nach oben bauen, das ist ein Zeichen. Nee, ich habe einen Weg und ein Wort. Ja, wollen wir in die falsche Richtung. Da unten lebt nichts. Komm, ja. Bitte? Hier kommt darauf. Ich nutze einfach die Physik von MyCraft. Ach, du bist ja ein cleverer Mensch. Ja, ich habe mich nicht von der Überlegend. Freudy? Wir gehen jetzt noch weiter, da gehe ich mal reinschneiden. Ich komme mit. Scheiß drauf, verreck ich halt. Ich habe hier noch ein Steak, komm her. Da kommt ein Creeper von vorne, ne? Ja, das warst du mit meiner Aufnahme, aber... Ja, das klingt geil. Ich komme bei euch. Hadi left the game. Ich habe auch keinen Steak mehr. Kein Bock auf euch. Oh, du wolltest mich ja nur in die Höhle locken. Ich habe noch ein rohes Hühnchen, wenn du möchtest. Ja, haben wir noch einen Ofen, der ich mal schnell braten kann. Ja, ich habe einen Ofen. Super. Jetzt lieber hinter uns, Creeper, Creeper, Creeper. Alter, lauft. Ich sehe nichts. Hey, auf meinen Ofen hin. Du hast den Handmann. Was? Nein. Du hast gerade Creeper damit verprügelt. Oh, herrlich. Was ist denn hier los, Mensch? Oh, ihr seid so schön verpeilt. Aber du. Ja, das ist ein Name. Brat, Hühnchen, brate. Brat, mein Hähnchen, komm. Was ist denn hier für eine Arschparade und meine Fresse? Bitte? So, ich habe eine Rose vor der Tür. Sehr toll. Erst mal Hühnchen fressen. Oh, Sabine. Oh, verpiss dich ja was. Scheiß-Antivirus. Hey, ich sollte mal ein Fenster direkt in deinem Gesicht aufploppen lassen. Das ist bestimmt die beste Idee, die ich heute habe. Das ist die Spiele-Meinschaft. Immer so. Entschuldigung, entschuldigung. Sag mal. Hallo, Zombie. Tut mir sehr, sehr sorry. Ja, ja, klar. Sagen sie alle. Ah, ich habe einen Zombie getötet. Wow, wow. Das ist mein Hähnchen. Der Hähnchen aus dem Erdnerfeld. So, ein Weißen haben wir doch schon mal. Dann finde ich keine Rohstoffe mehr. Alle weg. Da habe ich vorher weggegeben. Die Höhle, die hat nur Stein. Nur Steine. Das ist wichtig, denn wir werden bestimmt später mal Autos mitbetrieben. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Hallo. Kohle, Eisen. Aber nichts Wertvolles. Toll. Alter, ich habe nur noch ein Herz, ey. Ich bin gleich so tot. Oh. Und welcher Schwierigkeit. Wie gesagt, ich bin mal noch Peaceful-Laut. Ist du jetzt tot, oder was? Ja. Alter, hast du dein Ernst? Ja. Nimm mein Zeug und geh. So viel kann ich nicht tragen, ey. Es tut mir leid. So viel auf keinen Fall. Ich suche euch. Ja, genau. So, Freude, da ist mir schon weiter. Ja, ja, geh weg. Und hier unter. Oh, holt. Ich bin gleich wieder bei dir. Das ist sehr schön, ich freue mich. Mit meinem Zeug. Ich verteidige es gerade. Das ist nett. Oh, ich bin nämlich abgehauen. Das hätte ich fast den kurzen Liegen genommen. Und das wäre doof gewesen. Die Rechteverbindung? Ja, ha. Direktoren. Eilzug. Ich hab jetzt keine Ahnung mehr von dem Zeug, was ich hatte und was du hast. Sorry, aber... Dort wird es alles, er hat nichts. Oh, ich muss mal gucken, wo waren wir denn hier? Das ist mein Zeug. Das ist mein Zeug. Mit deinem eigenen Fleisch! Ah, gib weg, alle! Dieser sneaky Bastard, ey. Oh, das ist ein Schwein! Ich hab'n Schwein gefunden! Oh, das ist ein Schwein! Ist das wirklich? Nein, das ist dort. Ist das Heidi sein Avatar? Hat doch gar seinen Texture-Ticker aktualisiert, ne? Hat er. Naja, hat's ja drauf. Gibt nur ne Aufnahme, Junge. Krass! Ich nehm' auch gar nicht auf, grade. Gleich ein Tutorial gemacht. Weil, also die erste Folge, die könnt ihr dann schön bei den Kaputten da gucken. Ich muss erstmal nochmal Minecraft aktualisieren. Das war alles ein bisschen stressig, man muss ja dazu sagen... Ah, Hexe! Ihr guckt natürlich alle bei mir, aber ich bin ja am Renovieren und deswegen war ich etwas überrascht. So, ja, jetzt nehm' wir Minecraft auf. Nein, Hexe! Nein! Vagam, ich find' euch nicht mehr! Ich find' mich selbst nicht mehr! Ich hab' keine Ahnung, wo ich bin! Ich werd' hier nie wieder rauskommen! Gefährlich! Drogler Incoming, Mann! Allerdings, äh, möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen, dass wir gerade schon eine halbe Stunde spielen, ne? Echt? Ich seh' euren Namen! Ich seh' euren Namen! Perfekter Cliffhanger, mach aus! Ja! Also, äh, während wir jemals wieder die Oberfläche sehen, äh, schafft es Hardy irgendetwas sinnvolles zu tun, das alles erfahren Sie jetzt gleich. Nein! Niemals! Nach der Werbung! Nach der Werbung! Ja, nach der Werbung! Nach der Werbung! Also, ich hab' da gefunden! Oh nein! Jetzt rüber noch nach euch! Da unten müsste doch! Ja, das weiß! Ah, jetzt hab' ich doch gefunden! Ich hab's gefunden! So, ich würde sagen dann, äh, wir sehen uns dann in der nächsten... Halt die Fresse! Ich versuch' anzumonerieren! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge! Enderman! Bis dahin und ciao, ciao! Tschüss! Tschüss! Selbertschuld! Tschüss! So! So, wir machen noch eine Folge mit! Eine würde ich noch mal machen!